So erstellst du einen Sparplan für zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum bei Beeser. Du gehst wie folgt vor. Du gehst auf den Trading Manager, dort auf Sparplan, dann legen wir einen neuen Sparplan an. Wir wollen das Ganze mit Bitcoin machen. Weiter, dann wollen wir im Monat für 200 Euro kaufen, wöchentlich, monatlich, verkaltweise. Wir wollen das Ganze monatlich machen. Da wir jetzt sozusagen schon Mitte Juni sind, möchte ich das noch in der Mitte des Monats machen. 200 Euro, zack, zack, erfolgen zum aktuellen Kaufpreis. Ja, hier nochmal alle Informationen zum 15. wann der nächste Ausführungszeitpunkt ist und drücke auf OK und schon ist der Sparplan übermittelt. Ich kann ihn hier auch jederzeit pausieren und weitere anlegen. Und so einfach legt man einen Sparplan bei der Beeser.